Peter braucht eine ganz besondere Navigationslösung. Er fährt täglich umfangreiche Routen ab, manchmal auch Routen, die er noch gar nicht kennt. Seine spezielle Navigationslösung heißt MapTrip Follow Me. Sie wird von Entsorgungsunternehmen, der Straßenreinigung und Unternehmen eingesetzt, die täglich komplexen Routen folgen müssen. Wenn ein Fahrer unterwegs ist, sieht er auf seinem Bildschirm die Strecke mit vielen Punkten, die er wie bei Pac-Man aufsammeln muss. MapTrip hilft ihm dabei. Manchmal bekommt Peter auch Sprachhinweise über MapTrip. Hier zum Beispiel in dieser Sackgasse kann er mit dem Müllwagen nicht wenden. Da hat sein Kollege freundlicherweise schon einen Sprachhinweis in die Route eingefügt. MapTrip Follow Me zeigt ihm auch Transferstrecken an, damit er weiß, wo er als nächstes hinfahren soll. Diese Simulation demonstriert, wie ein Fahrzeug eine Strecke mit der Offroad-Funktion von MapTrip abfährt und daraus dann eine Offroad-Strecke erstellt wird. Das ist eine sehr einfache und praxisnahe Lösung für Gebiete, in denen es noch kein Kartenmaterial gibt. Zusätzlich gibt es in MapTrip eine Nachbearbeitungsfunktion. Ein Disponent kann die Strecke detailliert überprüfen, wenn nötig auch Änderungen machen und sie dann für die nächste Tourenfahrt freigeben. MapTrip Follow Me – die perfekte Lösung für alle, die komplexe Routen aufzeichnen und abfahren müssen. Aufzeichnen, nachbearbeiten, abfahren. MapTrip Follow Me zeigt Ihnen den Weg garantiert, Punkt für Punkt.